Mehr Demokratie bedeutet nicht nur mehr Volksentscheide. Ich bin für bundesweite Volksentscheide zu einer begrenzten Anzahl von Themen. Sie müssen überschaubar sein. Bestimmte Themen, denke ich, sind in einer repräsentativen Demokratie besser aufgehoben. Aber insgesamt zeigt ja auch die Entwicklung der letzten Jahre, dass immer mehr Menschen nicht nur mitreden wollen. Sie wollen sich nicht über den Kopf hinweg entscheiden lassen und das ist auch gut so.